Wie Fakten versanden die Anhörung im Gesundheitsausschuss zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht und Impfnebenwirkungen. Dr. Alexander Konietzki vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung war als Experte im Gesundheitsausschuss des Bundestages geladen und bekam dann rund 90 Sekunden Zeit, sein Fachwissen zur Diskussion und Meinungsbildung beizutragen. Deshalb verlängern wir in dieser Episode die Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestages, um die Fragen, die leider aufgrund fehlender Zeit nicht mehr gestellt werden konnten. Dabei geht es um die folgenden Themen. Laut Pfizer-Führungskraft im EU-Ausschuss wurde der Transmissionsschutz, der Fremdschutz, in der Zulassung nie untersucht. Forscher sind sich weltweit nicht einig, wie viele schwere Nebenwirkungen es gibt. Nebenwirkungen werden in Deutschland noch nicht aktiv und systematisch erfasst. Die Realität der passiven Erfassung in Deutschland durch das Paul-Ehrlich-Institut bedeuten 13 Mitarbeiter und eine hohe Untererfassung der Nebenwirkungen von mindestens 85 Prozent. Ermittlung des Risikosignals erfolgt im Paul-Ehrlich-Institut durch eine zweifelhafte Berechnungsmethode, denn erst eine Sterbefallzahl für nach der Impfung verstorbene Menschen von mehr als 138.000 führt durch die Paul-Ehrlich-Institut-Chef-Statistikerin zu einem Risikosignal. Diese Themen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann findet ihr unten in den Shownotes die Verlinkung zu unserer Website, auf der auch die Stellungnahme 32 Seiten lang verlinkt ist, die dem Bundestag zur Verfügung gestellt wurde. Und natürlich eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir gute Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und es geht hier darum, dass wir all das zusammentragen, was oft mal in der Diskussion versandelt. Und genau damit sind wir auch im Thema des Titels. Unser Professor, jetzt will ich dich schon wieder zum Professor machen. Unser Dr. Alex von Jetzki war Gast im Expertenausschuss bzw. im Fachausschuss Gesundheit im Deutschen Bundestag. Und das wollen wir heute mal abklopfen. Was ist da eigentlich gelaufen? Deswegen herzlich willkommen hier bei dir im Podcast oder bei uns im Podcast. Moin Alex. Moin Hauke. Genau, also du warst geladen als Vertreter des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung im Gesundheitsausschuss im Bundestag. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie läuft sowas ab? Ich gehe davon aus, du hattest eine Präsentation vorbereitet und dann hat man dir eine halbe Stunde Zeit gegeben, damit du deine Punkte machen konntest mit anschließender Diskussion oder so war es. Ja, genau. Das wäre schön gewesen. Angefühlt hat sich das eher wie so ein Losstopp-Schadespiel. Also man kriegt nach Einführung von der Frage noch die restverbleibende Zeit. Insgesamt werden für Fragestellung und Antwortgebung drei Minuten veranschlagt. Das gilt für alle. Und der mich befragende Parlamentarier hat selber sehr viele Daten und Fakten versucht, in seiner Frage unterzubringen, sodass für mich am Ende wirklich nur noch wenig Zeit blieb. Das lässt sich auch nachvollziehen. Ich bin dann auch darauf hingewiesen worden, dass meine Redezeit doch jetzt zu Ende sei und dass ich den Satz schon zu Ende gesprochen hätte. Aber das betrifft eben ja auch alle. Das ist so das Vorgehen. Und tatsächlich haben alle Befragten diese drei Minuten Zeit zu antworten. Also nicht mehr und nicht weniger. Gesagt hätte ich ganz gerne noch viel mehr. Du hast also nur eine Frage gekriegt und dann hattest du den Rest von drei Minuten. Also drei Minuten abzüglich die Frage, die dir gestellt wird und die war gespickt mit Statements. Ganz genau. Ja, hört sich ja so an, als wenn du da eine Menge inhaltlich zu beitragen konntest zu der Diskussion. Ja, ich habe dann immerhin noch zwei Haushaltskontaktstudien nennen können, die aus der Registerstudienarbeit der Dänen stammen und die eben eindeutig aufzeigen, dass wir keinen Fremdschutz haben, sowohl unter Delta oder keinen wesentlichen und unter Omikron eben auch nicht. Da unterscheidet sich einfach gar nicht mehr in der Omikron-Phase, ob du geimpft, geboosterst oder genesen oder eben gesund bist. Als Indexfall, wenn du in deinen Haushaltkontakt eintrittst, überträgst du das zu 30 Prozent. Also alle gleichermaßen. Okay, genau, das ist das Ergebnis. Es sind Geimpfte und Genesene gleich ansteckend, wenn sie dann den Virus haben, wild oder gestritten. Was ist diese Haushaltskontaktstudie und was ist eine Registerstudie, also für die Nichtmediziner unter uns? Ja, genau, die in Dänemark führen ein Impfregister. Das bedeutet also, man weiß genau, wer geimpft ist, womit. Und dann kann man natürlich auch mit dieser Datengrundlage sehr viel bessere Studienarbeit machen. Also es sind sehr hochwertige Studien. Das zweite hochwertige, also wissenschaftlich hochwertige daran ist, dass es eben Haushaltskontaktstudien sind, bedeutet also echte Real-World-Daten. Das wird also, Menschen werden geprüft, ob sie einen Antikörperstatus haben, ob sie das Virus tragen. Dann wird geguckt innerhalb einer Familie, wie wird dieses Virus weitergegeben? Ist da jemand dann auch positiv zu testen? Und dann wird es noch über die Serien quasi nachgewiesen, dass da auch der Viruskontakt wirklich stattgefunden hat. Also es sind sehr hochwertige Analysen, die da gemacht werden und eben auch nicht mit wenig Menschen. Also da sind immer große Menschengruppen, die da gegeneinander aufgewogen werden. Okay, und das Ergebnis ist? Egal, ob du geimpft, genesen, gesund warst und an Corona erkrankst, dann kannst du es zu 30 Prozent an einen Haushaltskontakt weitergeben. Also in sehr engem Kontakt lebend wird das Virus zu 30 Prozent weitergegeben, egal was vorher passiert ist. Okay, jetzt haben wir mal mit kurzem Blick auf die Uhr. Hast du dafür jetzt, oder haben wir für diesen Themenkomplex ein bisschen länger als drei Minuten gebraucht? Du hast nur die Studie nennen können, oder? Genau, ich habe sie genannt. Ich habe noch ein Zitat von der Frau Walensky genannt. Die CDC-Vorsitzende hat im August 2021 schon gesagt, dass die Impfstoffe eines nicht mehr können, nämlich die Ansteckung verhindern. Und da ist es dann eben so ein bisschen verwunderlich. Der mir nachfolgende Sachverständige, der Professor Leif Sander von der Charité Berlin, kann sich dann einfach mit einem Satz wie Die Wissenschaftsgemeinde der Welt ist sich darüber einig, dass das alles gut funktioniert und dass der Fremdschott auch gut funktioniert, darüber hinwegsetzen. Und du hast eben auch da keine Möglichkeit irgendwie einzugreifen und zu sagen, im Moment mal, woher haben sie das eigentlich und können sie das nicht mal belegen? Und das fiel auch auf, dass eigentlich ich der Einzige war, der eine Studie wirklich genannt hat und versucht hat, da an Fakten basiert zu argumentieren. Ja, vielleicht gehörst du einfach auch nicht zur Weltgemeinde der Wissenschaftler. Also das kann ja auch sein. Ja, ich meine, wenn die sich alle, das mag sein, also es kann ja auch so ein bisschen die Elfenturm-Variante dann sein, dass man sich da erhabener fühlt. Aber das ist natürlich so, dass sich gerade die Crème de la Crème demnächst in Dänemark und unter anderem auch übrigens trifft. Da kommt ein Ioannidis und ein Tom Jefferson, also wirklich sehr angesehene Wissenschaftler. Der Ioannidis von der Stanford-Universität ist einer der meist, ist der meist zitierte Wissenschaftler der Welt. Das heißt, das, was er irgendwie rausbringt, scheint irgendwie zitabel zu sein. Und der hat gute Studien auch gemacht zu den Corona-Impfungen. Und die treffen sich in Dänemark unter dem Titel The Lack of Science und haben so ein bisschen das Gefühl, dass die Wissenschaft eben sich splittet. Also sie wollen eigentlich versuchen, da wieder in den Diskurs hineinzukommen, weil man sich eben nicht einig ist innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde, was eigentlich auch schon die Wissenschaft an sich beschreibt. Also wenn man sich einig wäre, dann bräuchte man die Wissenschaft ja nicht mehr, dann hätte man ja das Ergebnis. Aber die Wissenschaft begründet sich ja darauf, dass der Zweifel an dem Ergebnis, was ich jetzt gerade erzeugt habe, schon wieder wächst. Entweder bei mir oder bei anderen und dann wird das erneut in die Waagschale geworfen und wieder überprüft und nochmal geguckt und angepasst. Und so entwickelt sich dann ja auch eine Erkenntnis über die Zeit. Und das würde man einfach als nicht mehr notwendig erachten, wenn man das so beschreibt. Die Frage, die sich ja stellt, und das ist ja eine Frage, die wir nicht erst seit gestern diskutieren, ist, inwiefern durch die Kampagne, die politische Kampagne, die sich auf die wissenschaftlichen Ergebnisse stützt, nicht in Wahrheit schon sowas wie eine Vorwegnahme des zu findenden Ergebnisses verursacht, bei den aktuell viel und öffentlich zitierten, ich sag mal, Populärwissenschaftlern. Aber es ist ja auch gut, wenn das erkannt ist und nun überprüft werden soll. Das verstehe ich so, dass man hier wieder sagt, okay, wir müssen uns von der Propaganda trennen. Genau, ja, vielleicht, genau, wenn man das jetzt so hart bezeichnen will. Aber ich denke, dass einfach Diskurs, wissenschaftlicher Diskurs mit offenem Visier wäre wichtig, zu sagen, guck mal, du bist der Meinung oder hast die wissenschaftliche Grundlage, deswegen kommst du zu dem Folgeschluss und ich habe diese wissenschaftliche Grundlage, komme zu diesem Folgeschluss und kriegen wir da vielleicht einen Kompromiss hin oder gibt es da eine Lösung, die sich, wenn wir beides zusammentun, dann sogar noch in einer größeren Wahrheit wiederfindet, die dann wiederum in Frage zu stellen ist über längere Sicht. So geht ja eigentlich Wissenschaft und das findet gerade im Moment nicht statt, was ich persönlich sehr schade finde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in diesen zwei Minuten hätte ich ganz gerne noch folgende Punkte untergebracht, ich hau das jetzt einfach mal raus. Ja, genau, das ist jetzt hier die fehlende Redezeit. Wir müssen jetzt hier alles unterbringen, was da nicht stattgefunden hat. Irgendwie so, genau. Also zum Beispiel hätte man noch sagen wollen, laut dieser Pfizer-Führungskraft, das habe ich angebracht, im EU-Ausschuss wurde diese Transmissionsschutzgeschichte, also der Fremdschutz in der Zulassung nie untersucht. Darüber sind sich eben Forscher auch weltweit nicht so ganz einig, wie viele und wie schwere Nebenwirkungen es eigentlich gibt. Und dann ist es noch so, wird das überhaupt aktiv systematisch erfasst? Deutschland beispielsweise hat eine passive Erfassung in Deutschland über das Paul-Ehrlich-Institut. Da arbeiten 13 Mitarbeiter für die tausenden Rückmeldungen. Und wir wissen ja auch, wie schwierig die Eingabe ist. Also das haben wir ja auch schon hier in dieser Podcast-Reihe gehört. Also die Eingabe von den Nebenwirkungen bedarf ja auch schon einer Extrastelle in den Praxen, damit ich überhaupt die Daten einpflegen kann, weil es einem offensichtlich nicht leicht gemacht wird. Nee, genau. Und das wurde tatsächlich auch vom Hausärzteverband angemerkt, dass das nicht ganz so günstig gewesen sei oder noch nicht ganz so optimal gelöst ist. Und damit müssen wir mit einer Untererfassung von fast 85 Prozent für die schweren Nebenwirkungen rechnen und 94 Prozent für die allgemeineren. Dann ist es so, dass die Ermittlung des Risikos... Ganz kurz, woher kommt diese Zahl? Also wenn wir wissenschaftlich sind, kommen wir auf 85 und 94 Prozent unter Erfassung? Ja, das ist eine gute Frage, genau. Das hat sich aus Befragungen ermittelt. Das kann ich jetzt mal so machen, wie man sonst die Fragen beantwortet hat. Das ist allgemein bekannt, dass da quasi allgemein bekannt, dass es da nicht zu einer optimalen Erfassung dieser Daten kommt. Das gibt auch das Paul-Ehrlich-Institut zu und gibt diese Zahlen nahezu selber an. Okay, alles klar. Und die Ermittlung des Risikosignals, das wäre jetzt eigentlich das Interessante. Ich habe eine Nebenwirkung und ist die jetzt für die Bevölkerung gefährlich, ja oder nein? Die Ermittlung des Risikosignals erfolgt ja im Paul-Ehrlich-Institut und dadurch eine zweifelhafte Berechnungsmethode. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Sterbefallzahl für nach Impfung Verstorbene angucken, 138.000 an der Impfung innerhalb eines Jahres für sterben sein müssen. Damit laut der Chef-Statistikerin des Paul-Ehrlich-Instituts ein Risikosignal entsteht. Das hat sie im Soldatenprozess, der am Verwaltungsgericht verhandelt worden ist, zugeben müssen. Das ist natürlich eklatant. Das heißt, wenn 180.000 Menschen nur sterben, dann ist es kein Risikosignal? Ist es wirklich genau diese Zahl? Nein, also es sind einfach in dem Jahr 2021 zum Beispiel 138.000 Menschen verstorben an allen möglichen Erkrankungen. Und dazu gehören dann Infektionen und Unfälle und Herzinfarkte und so weiter. Und die 1580, die an Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Impfung Verstorbenen und auch mittlerweile vom Paul-Ehrlich-Institut so veräußerten Todesfälle nach Impfung der Corona-Impfung, ist es so, dass die miteinander nicht aufaddiert quasi gesehen werden und dann in Relation zueinander. Zu den nämlich vorher an Impfung Verstorbenen müsste man sie ja eigentlich setzen. Sondern die Statistik des Paul-Ehrlich-Instituts oder die Analyse verläuft so, dass die erst auffällig werden würde, wenn 138.000, also eigentlich die Gruppe derer, die normalerweise in Deutschland verstirbt, übersteigen würde. Erst dann wird es zu einem Risikosignal, was völlig absurd ist. Denn so würde ein Risikosignal so niemals auffallen. Niemals. Also es versterben ja nur 138.000 in Deutschland. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es müssen genauso viele an Nachimpfung verstorben sein, damit das dem Paul-Ehrlich-Institut als Risikosignal aufpoppt, dann ist dieses System falsch gestrickt. Ja, oder absichtlich. Das ist ja die Frage. Hat sich das geändert, diese Berechnungsmethode? Also ich kann auf jeden Fall einen positiven Fall nennen. Und zwar ist es so, dass das Paul-Ehrlich-Institut im Rahmen der Schweinegrippe-Pandemie die Narkolepsie als Nebenwirkung des Pandemrix damals herausgemendelt hat. Aber da lag es eben so vor, dass sie das nur gegen die Narkolepsie-Risiken aufgerechnet hat. Und dann festgestellt hat, aha, nach Impfung taucht dieses Phänomen jetzt aber deutlich häufiger auf, als in der ungeimpften Gruppe. Und da haben sie es richtig miteinander verglichen und sind auf dieses Risikosignal dann ja auch gekommen. Und jetzt muss sich da irgendetwas verändert haben. Ich kann das nicht genau sagen, woran das liegt. Da haben wir noch keine genaueren Informationen vom Paul-Ehrlich-Institut erhalten. Was ist diese Krankheit Narkolepsie? Narkolepsie ist, dass wir einfach aufgrund eines immer weiter aktiven Immunsystems so erschöpft sind, dass wir plötzlich am Tisch einfach so einpennen, obwohl wir nachts normal geschlafen haben. Also der Schlafbedarf ist sehr, 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 sehr viel höher aufgrund einer Hochleistung, eines Hochleistungssports, den der Körper macht, nach Stimulation durch Impfung. Und Pandemrix hatte einen Wirkverstärker drin. Und ja, man weiß nicht ganz genau, wie das dann so zustande gekommen ist. Aber es traten auf jeden Fall häufiger diese Schlafkrankheiten auf, dass man im Tagesverlauf plötzlich einfach einschläft. So, und jetzt ist ja die interessante Frage, warum ist das an dieser Stelle richtig berechnet worden? Und wann hat sich die Berechnungsgrundlage geändert? Also wie war sozusagen, also was ist da passiert in der Zwischenzeit? Das sind die Fragen, die dem Paul-Ehrlich-Institut auch schon vorliegen, von den im Soldatenprozess beteiligten Sachverständigen und Gutachtern. Und bisher warten die da auf Antwort, ja. Das heißt, hier ist eine Berechnungsgrundlage offensichtlich irgendwo unterwegs verändert worden? Und führt dann zu Muss? Muss, ja offensichtlich. Ja, weil wenn die Chefstatistikerin sagt, ja, sie bestätigt das, dass das tatsächlich erst dann zu einem Risikosignal wird, wenn so viele überdurchschnittlich versterben an einer Ursache, dann muss man sagen, ist das ja eine Fehlberechnung. Also da muss irgendwas sich geändert haben, ja. Gut, das wissen wir also nicht, wie das zustande gekommen ist. Was fehlt noch in der Diskussion um das Thema Nebenwirkungen? Was kam eigentlich überhaupt dabei raus? Also ihr hattet alle irgendwie anderthalb Minuten Zeit und dann wurde es nochmal zusammengefasst oder war es dann einfach vorbei? Nee, irgendwann war es dann auch einfach vorbei. Genau, jeder konnte das sagen, was er wollte. Und am Ende ist zwar schon auch Kritik laut geworden an den Meldesystematiken und dass die Impfnebenwirkungen eben, ist auch auf jeden Fall betont worden, dass die ja sehr, sehr selten seien. Und da würde ich jetzt gerne einmal ganz kurz darauf eingehen. Ich denke nämlich, dass wir diese Seltenheit nur deswegen behaupten können, weil wir den Blick nicht dafür weiten, dass es so etwas gibt. Und zwar hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Safe-Vac-App ins Leben gerufen, mit der zu Impfende dann ihre Nebenwirkungen aufführen können oder angeben können. Das ist sehr gut gemeint gewesen und hat eben eine Liste in dieser App vorgegeben, wo allgemeine Nebenwirkungen genannt werden. Und die ist relativ lang, sodass man da sich erstmal an den, sag ich mal, konventionellen, normalen Nebenwirkungen entlanghangelt und dann wahrscheinlich auch am Ende sagt, ja, jetzt habe ich irgendwie auch gar keine Lust mehr. Denn es gab tatsächlich am Ende auch noch ein Feld, wo man das hätte eintragen können, also was noch zusätzlich aufgetreten ist. Nur dann wird ja quasi vorweggenommen, ich als Patient muss mir klar machen oder wissen, dass jetzt meine Kopfschmerzen und meine Müdigkeit doch mit der Impfung zusammenhängen können. Wenn das nämlich so einzeln aufgenommen wird, dann sind das die Nebenwirkungen, die tatsächlich auch von den KBVen so zusammengefasst werden, also der Kassenbundesvereinigung, dass man sagt, Moderna hat zu so und so viel Prozent Kopfschmerzen gemacht und Biontech-Pfizer hat das zu so und so viel Prozent gemacht, dann ist das an sich erstmal eine normale Nebenwirkung von so immunologischen Prozessen. Wenn wir das jetzt aber für den Einzelfall betrachten, könnte es bedeuten, dass diese Kopfschmerzen schon ein Signalgeber dafür sind, dass jemand eine chronische oder eben eine weiterführende akute Entzündung im Gehirn hat. Und zwar in ganz bestimmten partiellen Teilen. Bei Obduktionen ist das aufgefallen und dort werden eben auch Einzelfallberichte mehr und mehr jetzt weltweit veröffentlicht, dass wir dort Infektionsherde im Gehirn haben, die dazu führen, dass dadurch, dass dort das Spike-Protein produziert wird oder aufgetaucht ist, werden dort Immunreaktionen ausgelöst. Die wiederum führen dazu, dass wir uns müde, abgeschlagen, unkonzentriert fühlen, dass wir bestimmte Leistungen verlieren, wie zum Beispiel Sprechen, wir haben Gedankenaussetzer, wir können uns eventuell nicht so gut koordinieren und so etwas. Also es wäre quasi das Symptom Kopfschmerz, hat er ganz am Anfang angeklickt, aber daraus entwickeln tut sich eine wirklich schwerwiegende Nebenwirkung. Die fällt aber dann nicht auf, weil derjenige, der diese Symptome entwickelt, erinnert sich nicht mehr an die SafeVac, der wird auch nicht selbstständig das da eintragen. Und wenn er sich so beim Arzt vorstellt, dann wird der Arzt sagen, Mensch, die haben ja echt eine Beteiligung des Gehirns oder sie sind ja vielleicht sogar depressiv oder irgendwie sowas. Dann wird das erstmal über die psychologische Schiene abgearbeitet. Wenn jemand darauf kommt und sagt, wir machen jetzt hier mal das MRT, dann kann man diese, des Schädels, also die Magnetresonanz-Tomografie, dann kann man diese Entzündungsherde darstellen und dann ihn auch adäquat behandeln. Nämlich dann braucht er Kortison oder andere immunsupprimierende Therapien, um das akut erstmal in den Griff zu bekommen. Sodass also diese im ersten harmlosen Nebenwirkungen in der Kombination eventuell schon auf etwas hindeuten können, was langfristig doch auch schwerwiegend ist. Und da sehe ich den Fehler in dieser Erfassung auch, dass wir eigentlich nur die Einzelsymptome listen und dann sagen, so und so viele hatten Kopfschmerzen, so und so viele waren müde, so und so viele hatten das. Aber dass wir darüber dann eben auch die Fälle nicht wahrnehmen werden, die uns dann quasi entgleiten und die dann von Facharzt zu Facharzt tun und eben feststellen müssen, dass das nicht erkannt wird, nicht genau genug untersucht wird und dass sie sich irgendwie auch nicht wahrgenommen fühlen. Das ist ja etwas, was in der allgemeinen Presse durchaus auch immer wieder genannt wird. Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie wäre denn ein gutes System? Also wie würden wir dann sozusagen eine ausreichende Sensibilität haben, um dem Thema Nebenwirkungen zu begegnen? Und wie wäre auch ein System, um es denn zu erfassen? Ja, zum Beispiel, wenn aus diesen allgemeinen Symptomen, wenn da eine bestimmte Kombination auftaucht, man sich fragt, könnte das vielleicht ein Hinweisgeber sein, dass dieser Patient näher untersucht werden müsste. Dann hätte das Paul-Ehrlich-Institut nicht nur die Daten irgendwo abgelegt, sondern würde mit diesen Daten auch arbeiten und dann eben auf den Patienten Nummer so und so, der ja pseudo-anonymisiert hinterlegt ist, dann auch zurückgreifen können und dem sozusagen dann auch hilfreich sein können. Dann würden solche Dinge eventuell auffallen können. Also man muss den Blick von dem einzelnen Puzzleteil auf die Summe der Puzzleteile eventuell legen, um dahinter zu kommen, dass dort Prozesse entstehen, die auch schädlich sein können oder langfristige Folgen haben können. Und da geht es eben nicht nur um die Herzmuskelentzündung, die auf eine ähnliche Art und Weise entsteht, die dann ja immer wieder beschrieben auch von allen, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, meistens mild ausheilt, das stimmt. Aber wenn man sie zum Beispiel sich für die gesamte Bevölkerung anguckt, das hatten wir auch schon mal besprochen, dann fällt dieses Signal nicht auf. Gucken wir aber in die Altersgruppe zwischen 16 und 24 und nehmen da nur die Männer, dann haben die plötzlich ein Risiko von 1 zu 2.800 bis 1 zu 3.600, diese Herzmuskelentzündung nach Impfung zu entwickeln mit Corona-Impfstoffen. Und das ist ein 200-facher Faktor im Vergleich zum Hintergrundrauschen. Also es tauchen auch Herzmuskelentzündungen auf, auch unter Corona-Erkrankungen tauchen die auf, aber eben dann nur um den Faktor 100 bis 200 weniger. Und das muss man ernst nehmen. Da kann man nicht einfach sagen, das ist nebenwirkungsarm und frei und wir können alle pauschal damit gleichermaßen impfen, sondern wir müssten da sehr dezidiert vorgehen und sagen, eigentlich dürften wir diese Männer in dem Alter gar nicht mehr impfen und die müssten wir auf jeden Fall von einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht befreien, weil die sind mit einem so deutlich erhöhten Risiko versehen, dass das in keinster Weise mehr verhältnismäßig ist. Wie aber korreliert man diese Daten? Also das ist für mich schon eine nicht so ganz triviale Überlegung. Natürlich, wenn ich jetzt sage, also ich habe insgesamt diese Herzbeutelerkrankung oder diese Herzmuskelerkrankung und die fällt mir nicht auf, wenn ich nicht kleinere Stichproben nehme. Wie komme ich denn auf die Idee, diese Korrelationen mit den Stichproben der zu betrachtenden Menschen zu verändern? Naja, wir können ja einfach darüber aufmerksam werden, wenn jetzt die Kardiologen beispielsweise diese Herzmuskelentzündung wahrnehmen oder auch die niedergelassenen Allgemeinmediziner, dass man dann sagt, ich habe hier wieder einen 20-Jährigen mit der Herzmuskelentzündung und ich habe hier wieder einen und ich habe hier wieder einen und das muss so simpel meldbar sein, dass man einfach sagen kann, hier ist wieder einer, hier ist wieder einer, hier ist wieder einer und das Meldesystem muss da vereinfacht werden, sodass man durch schnelles Zurufen sagen kann, guck mal, wir haben hier eine Häufung, die deutet sich hier an oder die deutet sich schon in meiner Praxis an oder ich bin da mit anderen Kollegen im Kontakt, da deutet sich das in unserer Gruppe an und so weiter. Dann hätte man die Chance, das tatsächlich schneller ins Bewusstsein zu bekommen. Und wenn jetzt, da muss natürlich dann aber auch insgesamt die Offenheit dafür da sein, dass solche Nebenwirkungen überhaupt auftauchen können. Also ich will mal so sagen, dass wir uns da wissenschaftlich wie ein leeres Blatt verhalten und einfach nur feststellen, wir haben jetzt geimpft und wir haben jetzt diese Problematik und das nicht persönlich nehmen, dass diese Problematik jetzt aufgetaucht ist, weil die Impfung eben niemals schaden darf, sondern einfach sagt, okay, dieses Problem ist jetzt aufgetreten, ganz sachlich und neutral und ich werde mich jetzt diesem Problem annehmen und gucken, gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang. Und dann lassen sich ja auch Studien aufsetzen und sagen, wir als Kardiologen in Deutschland machen jetzt eine Studie und gucken nach, wie oft ist das mit der Herzmuskelentzündung. Wir verfolgen die Leute nach, denn bei den Kardiologen ist allgemein bekannt, dass eine erstmal milde verheilende Myokarditis langfristig zu 10 bis 15 Prozent eben bei den Menschen doch zu einem plötzlichen Herz-Event führt. Das bedeutet also, die haben Herzrhythmusstörungen in der Entwicklung, weil doch eine Narbe entstanden ist oder sogar bis hin zum plötzlichen Herztod. Also es ist nicht nichts, was da mal eben kurz milde abheilt, sondern das langfristig auch weiter zu begleiten und zu gucken, wie viele haben denn dadurch jetzt wirklich ein Problem. Dafür müsste die Offenheit natürlich erstmal da sein, dass Impfungen grundsätzlich auch Nebenwirkungen machen können. Führt natürlich sofort zu der Frage, was glaubst du, warum das jetzt nicht so ist? Also warum gibt es diese Unaussprechlichkeit an der Kritik von Impfungen? Also die Diskussionen zu führen ist ja gelegentlich gar nicht, also je nachdem, mit wem man spricht natürlich, aber gelegentlich gar nicht so einfach, überhaupt eine Sensibilisierung für eine Frage an diese Impfung zu entwickeln. Wie kommt das? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir mit den Impfungen eben auch viel Erfolg ja auch hatten, mit den konventionellen Impfungen, dass wir einen Stoff dem Immunsystem anbieten und dann wird ein Antikörper gebildet und dann ist der schon mal vor dieser Erkrankung geschützt. Und da gab es immer auch Nebenwirkungen, auch stärkere Art. Manchmal sind Impfstoffe dann auch vom Markt genommen worden wieder und so nach. Ja, wirklich auch reiflicher Prüfung. Und das muss man jetzt sagen, ist ja einfach mal konventionell anders gelaufen. Oder umgekehrt, es ist nicht konventionell gelaufen, sondern man hat den Impfstoff ja innerhalb von wenigen Monaten in die Anwendung geprügelt. Und das führt natürlich dazu, dass man gar nicht alle Daten haben kann. Und einige dieser mRNA-Impfstoffe haben schon, das ist in der Forschung auch allgemein bekannt, und da wird schon seit über 20 Jahren dran geforscht, die haben es eben nicht in den Anwendungsbereich geschafft, weil es immer wieder Nebenwirkungen gab oder auch schon schwerere Komplikationen gab, bevor dieser Impfstoff überhaupt an den Menschen ausprobiert worden ist. Oder auch an den ersten klinischen Studien, wo eigentlich die Dosisfindung stattfinden sollte, schon Schwierigkeiten auftraten. Und das muss man sich eben vor Augen führen, das ist ja hier nicht passiert. Jetzt lag ja die Notlage vor, die so definiert worden ist, und damit war dann der Handlungsbedarf auch freigegeben, sodass einfach ohne großartige Kontrolle das Ganze dann in den Markt gekommen ist. Und ich glaube, dass sich da so zwei Dinge ergänzt haben. Das eine ist, dass das Narrativ Impfungsschaden nie relativ weit verbreitet ist. Und das stimmt auch schon für die konventionellen Impfungen nicht. Also auch da gibt es Menschen, die Nebenwirkungen haben, die einfach schwerwiegend sind. Zum Beispiel eine begleitende Hepatitis oder eine Thrombozytopenie, die immer wieder auftauchend ist. Also es sind bestimmte Krankheitsbilder, auch schon durch andere, bis hin zur Hirnentzündung beim Masernimpfung und so weiter. Selten, alles selten, aber sind eben aufgetaucht. Und genau, das muss man einfach mit berücksichtigen, dass da der Blick schon immer ein wenig verstellt war und man immer schon gesagt hat, ja, das ist selten. Und jetzt ist es so, dass diese ganzen genannten, wie die Thrombose, zum Beispiel die Senusvenenthrombose bei den Frauen oder die Herzmuskelentzündung jetzt bei den jungen Männern, die werden in die Produktbeschreibung mit eingepflegt. That's it. Also da kümmert sich sonst. Man guckt dann nicht, man sagt dann einfach nur, guck mal, da steht da doch. Ja, nach dem Motto, kannst du doch wissen, dass das eventuell dieses Problem hätte haben können. Warum beschwerst du dich? Also das ist auch noch etwas, wie die Kommunikation dann über Impfstoffnebenwirkungen funktioniert. Das ist noch der zweite Punkt, der natürlich sehr entscheidend ist. Also einmal, wie gehen wir damit um, wie wird es gemeldet, gibt es wissenschaftliche Studien dazu und dann aber auch noch, wie kommuniziere ich das, wenn es Nebenwirkungen gibt. Ja, und wir wissen ja alle, wenn ich zum Arzt gehe, dann wird er mir erstmal die Packungsbeilage vorlesen. Das interessiert mich auch brennend, weil, also Spaß beiseite, das ist ja genau der Punkt. Ich überbrücke ja in Wahrheit die Verpackungsbeilage mit dem Vertrauen zu meinem Arzt. Genau. Also das ist ja, wer liest es denn wirklich? Weil wenn man eine Verpackungsbeilage mal liest, völlig egal. Und wenn es nur irgendwie ein Nasenspray ist, dann kann man sich ja schon die Frage stellen, ob man das wirklich in seinen Körper einführen sollte. Insofern, okay, das heißt. Was mich eben auch innerhalb dieser Sitzung so ein bisschen erschreckt hat, war, dass sich sonst eigentlich kein anderer auf wissenschaftliche Studien irgendwie berufen hat oder gesagt hat, so und so sieht das aus. Sondern man hat einfach nur gesagt, allgemein ist der Konsens in der Wissenschaft ja so. Und die Transmission funktioniert und die sind gut verträglich und man muss sich da gar keine Sorgen machen. Weil wenn wir hier in Deutschland kein gutes Nebenwirkungserfassungssystem haben, andere Länder haben es ja. Und auch die haben ja nicht so richtig was festgestellt. Und das ist eben sehr plakativ und entspricht nicht überall der Wahrheit. Insofern wäre ich da mit diesen pauschalen Aussagen auch sehr vorsichtig. Aber ich habe festgestellt, die passen natürlich unheimlich gut in eine solche Runde. Man muss da gar nicht irgendwie großartig detailliert was ausführen, sondern man darf da einfach ganz plakativ Allgemeinplätze vertreten. Und das hat mich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ja, das ist die sogenannte oder auch Agenda-Setting-Power. Wenn ich da dann darüber befinde, dass jemand nur drei Minuten hat über ein sehr komplexes Thema inklusive Fragestellung zu antworten, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das zu beeinflussen, was dann am Ende einer solchen Diskussion rauskommt. Nun sind wir ja aber als Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen ganz besonders bekannt dafür, dass wir uns eben doch die Mühe machen, evidence-based diese ganzen medizinischen Diskussionen zu fundieren. Und deshalb haben wir auch ein Paper abgegeben für den Gesundheitsausschuss, das 32 Seiten lang ist. Das finden wir auch bei uns auf der Website, richtig? Ja, genau. Das ist auf der Website. Vielleicht ist es sogar auf der Seite des Bundestages zu diesen Anhörungen auch verlinkt. Und da kann man auch die anderen Stellungnahmen der Institute und Vereine quasi sich anschauen. Und man muss einfach verstellen, dass keine andere es für nötig befunden hat, irgendwelche Quellenangaben zu machen. Und das finde ich ist auch eine Aussage. Und passt auch ein bisschen dazu, dass eigentlich offensichtlich ja niemand so richtig Lust hatte, über das Thema zu sprechen. Immerhin ist es oder wartet es auf Behandlung seit dem Q1, Q2 dieses Jahr, diesen Jahres. Wir haben jetzt irgendwie Ende Q3. Also eigentlich ist es schon ein bisschen erstaunlich, wie sehr man dann auch beeinflussen kann, dass so ein Thema einfach nicht besprochen wird. Ja, genau. Also du meinst jetzt Quartal 3, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Wir sind ja sogar schon im Quartal 4, ja. Ja, richtig. Stimmt. Ja. Oh mein Gott, es ist ja Oktober. Im Quartal 4 und im Quartal 2 wurde das ja in den Bundestag eingebracht, dieser Antrag. Das zeigt schon, dass man das über ein halbes Jahr verschleppen kann, wenn man das möchte, ganz genau. Ja, was ich auch noch sehr spannend fand war, dass der, das nur als Anekdote eventuell noch, dass der ja wahrscheinlich vierfach geimpfte Janosch Dahmen mit FFP2-Maske im Gremium saß und die Fragen eben mit der Maske auf auch gestellt hat. Wenn denn die Impfungen, wie von Herrn Sander angegeben, so sicher sind und so wirksam, dann stellt sich einem natürlich die Frage, warum sich Herr Janosch Dahmen darauf nicht verlassen möchte. Ja, das überlassen wir jetzt aber jedem selbst. Ganz genau. Und ich würde sagen, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, die ich jetzt nicht gestellt habe, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Eine E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserer Website, wo wie gesagt auch das beschriebene oder das genannte Gutachten von uns ist, 32 Seiten lang und voller Quellenangaben für den, den es interessiert. Und ich danke dir, Alex, für deinen Einsatz im Gesundheitsausschuss vom Bundestag und dir da draußen für dein Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.